Lieber Ryan, kannst du einen Naruto-Film machen? Lieber Ryan, kannst du Naruto sein? Lieber Ryan, kannst du Naruto sein? Lieber Ryan, kannst du ein ganzes... Nein! Okay, Naruto ist so gut um es zu verarschen. Deswegen habe ich es nie gemacht. Okay, es würde so viel Arbeit kosten und so viel Mühe, um einen ganzen Film zu machen wenn ich es tun würde, und ich will es richtig machen. Also... Nein! Hört auf zu fragen! Okay, ich werde es nicht machen. Wie würde es aussehen wenn ich es machen würde? Der Schmerz, allein zu sein, ist wie kein anderer. Warum ich... Warum bin ich immer der eine, der anders ist? Sie schauen mich so an, als wäre ich irgendein Monster. Doch eines Tages werden sie mich anerkennen. Ich werde weiterkämpfen. Ich werde mich durchboxen. Ich werde der Hokage werden. Komme, was wolle. Denn das ist mein Ninja-Weg. Naruto, das ist schön. Wir wollten nur wissen, wo du essen willst. Oh. Nun. Manchmal habe ich Lust auf Rahmen. Andere Male auf Reis. Wir können ihn nicht finden. Neiji. Wir sind gegangen. Hör auf zu schielen. Das ist schlecht für deine Augen. Hier. So viel Sand. Alle. pipe. Das ist schlecht für deine Augen. Hey Sakura, du hinterlässt einige Krümel auf dem Boden. Denkst du, du könntest aufhören, so zu essen? Nein, das ist gut. Jetzt verschwinden die Krümel in den Ritzen. Kakebuchi no Jutsu! Kakebuchi no Jutsu! Son Goku! Son Goku? Was machst du denn hier? Weißt du, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ihr Typen könnt nicht fliegen! Was? Son Goku! Ja, ich glaub, ich könnte einen Parodie-Trailer machen. Na, es war zu viel Arbeit. Tiii! Die Krümel